Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Ich war mit der lieben Sonja und der Tina auf der mittleren Map unterwegs. Wir hatten eine super, super spannende, aber auch mega actionreiche Runde. Aber bevor es losgeht, denkt daran, dass Twitch-Jobs sind. Ihr könnt Jobs farmen und zwar reicht das, wenn ihr mir bei Twitch zuguckt. Würde mich sehr, sehr freuen. Heute Mittag ab 14 Uhr bin ich online bis 18, 19, 20 Uhr. Muss ich mal gucken, wie lange ich mache. Aber bei mir könnt ihr die Twitch-Jobs farmen. Einfach 1049.de wie hier auf YouTube und ihr seid dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt mit der Runde. Wird mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Was ich ganz vergessen habe. Am Samstag, oh das war laut, am Samstag ist das 14. Hunt Showdown-Turnier. Einfach ab 19.45 Uhr im Stream gucken und ihr könnt mitmachen. Ich brauche keine Anmeldung und nichts. Einfach dabei sein. Und jetzt viel Spaß und sorry für die Lautstärke eben. Tschüss. Dina, guck mal rüber. Alles. Wie lange sollen sie sich rüber gedreht haben? Sehr cool. Ich habe eine Knobbelnase. Ja. Und, und, ähm, Dumbo machst du Konkurrenz. Ja, flieg. Ich glaube nicht, ich fliege. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie anstatt Bad Hand nicht irgendeinen ganz dunklen Skin genommen haben, den jeder haben will, weißt du? Dass jemand sagt, oh geil, den hätte ich super gerne. Klar, den Bad Hand will auch jeder haben, aber wer spielt den schon, weil es so hell ist? Die meisten spielen ihn nicht. Iron? Ja. Oder Pred, ne? Äh, oder Gefängnis. Nee, das ist mal Iron. Ja. Gut. Wo ist es hier? Knacken? Wie Boston? Okay. Jetzt habe ich ein Ast im Sichtfeld. Ach, hier geht's. Hört ihr, was ich höre? Ja. Es knallert. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat rechts gelaufen oh mann wenn ich das gewusst hätte vorher auf dem dach oben glaube nur lustmaler nein danke ja ja ich hab's gesehen das war in einer gestorben um die hat die lustmaler und eine muss weg zwei mann noch was die tür links an diesem hundekäfig na die ist auf dem dach und die anders jetzt irgendwo dahinten ich hab ihn so ein vollposten echt die andere ist hier auf dem dach hat ein hit noch ein hit nice der andere ist hier hinten den hätte ich eigentlich haben müssen hab aber voll verschissen ja lass mal pushen sonja oh ins bein mann ich treff ihn nicht ach das ist ein zorn einer geier nein looted mal ich hab nichts mit dem hier zu tun alles gut macht ruhig alles gut ihr habt doch jeder zwei so ich hab jetzt ihn ne mach mal ich krieg ich krieg eh nur verbrauchsgüter von daher ist egal wollen wir noch hochgehen ja ja okay dann kann ich ja ruhig nehmen ja kannst du nehmen wir haben beide fünf ich hab jetzt ausdauer wieviel ja wenn ihr heilung seht würde ich nehmen hast du ghoul ne ich hab ghoul doch ich hab ghoul weil bist voller windy hey ich hab kein ghoul ach durch kanalisierung wirst du auch voll ne das ist ja neu ja genau ich vergaß so neu ist es gar nicht ne das ist schon sehr alt ja drei mann müsste boss gebäude gewesen sein zwei oben einer unten aber ich schau nochmal ne äh vier das ist mehr 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 aber wo schwer zu sagen könnte auch jeder aber schon gewesen sein sitzt da hinten einer ne was ist das da hinten hier ist was hier ist was drin ja flash 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 oh nein jetzt läufst du da rein ne du hast die alles gut ich war gerufen ok weg 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 ja 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 ne was ich hab nur noch einen verbannt ich hab nur noch einen verbannt schau weißt du ich bin selber geflasht ich bin selber geflasht ich stehst das hält ich stehst das hält sag mal hier steht was vor der tür oder irgendwo ja andere hat ja auch noch reingeschmissen ja die auftauch ist hier über uns ja kommt der andere über ein dach auch noch rüber ja nicht schleich mir mal vor nehmt du da ab hm ich kann durch die steps unten nicht oh nein after down darf ich die after down nehmen ja ja nimm nimm doch zwei noch da unten wir haben nicht wirklich muni ich glaube ich lass sie liegen ich hab ne muni kiste hier liegt noch ne after kannst du setzen ja ich hab einfach zwei afters gehabt oh nate nate lauf 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 nate hier unten nate meine ich muss mich heilen nate 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 hat auch hier draußen das mit ein billi daun das war's was das Wer hat Geier? Keiner. Nee. Beste habt ihr doch schon gegeiert. Ich hab hier zwei gelootet vorhin. Einer ist hier oben noch, den hab ich nicht angefasst. Nein, alles gut. Ich nehme mir die Crown hier. Das war stressig jetzt. Aber dass wir erst wieder hier kommen müssen, damit hier überhaupt mal vorangeht? Ehrlich, ne? Ist so. Das ist ja meistens so. Also es ist ja meistens so, dass wenn ein drittes Team kommt, dass es dann erst mal vorangeht. Ja. So, jetzt führt den Boden. Hallo! Gege. Es war unter mir die Rolladen, die runtergegangen sind. Oh Mann. Oh nein. Wir haben Server Vibe gemacht. Ja, tatsache. Oh. Oh. Speichern mal Kills. Oder ist es zu spät? Noch nicht. Kann ich noch. Sehr gut. Ja, war tatsächlich ein Server Vibe. Wir haben jeden einzelnen auf der Map gekillt. Sensationell. Und dann kriegen wir auch noch zwei Autos geschenkt. Richtig, richtig gut. Ähm. Ja, da war Chaos pur in diesem kleinen Hütchen. Da flogen Nades des Todes. Ja, wenn eine unten reingeflogen gekommen wäre, wären wir einfach alle tot gewesen. Ähm. Da haben wir ja ein bisschen Glück gehabt. Ich habe eben, ähm, das Video geschnitten und Sonja und Marc haben zugeguckt. Und da habe ich noch gesagt, ähm, bei Moses habe ich oben mal eine Nate reingeschmissen und die anderen waren unten. Und dann sind die unten gestorben, obwohl oben die Nate explodiert ist. Das ist manchmal sehr, sehr komisch. Ähm. Aber, das war vielleicht Pech einfach nur. Ähm. Ja, war doch eine schöne Runde. Die, ähm, Tina und die Sonja, die haben das sensationell gemacht. Vor allen Dingen mit dem ersten Team. Da hatte ich ja überhaupt nichts getroffen. Da war ich ja die größte Wurst überhaupt. Ähm. Ganz furchtbar. Der eine stand ja fast still und da habe ich ihn nicht getroffen. Aber wisst ihr was? Ich habe, ähm, was langsam abfahren lassen. Und zwar, ich habe da so einen, so einen Sprung-Jump gemacht. Einen Sprung-Jump? Hahaha. Ich habe, ähm, am Fenster geguckt und musste immer springen. Und dann habe ich im Sprung geschossen und, ähm, war halt voll drauf. Und eigentlich hätte ich einen Hitmarker bekommen müssen, aber habe leider keinen gekriegt. Keine Ahnung, wie sich das verhält, wenn man springt und schießt. Das habe ich nie getestet. Aber das werde ich jetzt die Tage mal machen, weil das interessiert mich schon. So. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Ähm. Denkt dran, heute Mittag ab 14 Uhr könnt ihr Twitch-Drops bei mir abholen. Also Hand-Showdown-Drops. Würde mich sehr, sehr freuen, euch zu sehen. 1049.de, wie hier auf YouTube heiße ich dort. Ähm. Was gibt es noch zu sagen? Unser... Mein TeamSpeak ist unten verlinkt. Jetzt habe ich fast was anderes gesagt. Ähm. Könnt ihr jederzeit nutzen. Hat mir Game.de extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr auch Game.de gerne mal besuchen. Gerade wenn ihr selber TeamSpeak, Mumble, Root-Server, Games-Server, Web-Server etc. sucht. Seid da eine super Adresse. Holy Energy ist unten verlinkt. Eine gesunde Alternative zu Red Bull Monster. Kein Zucker, kein Scheiß. Nur natürlich Inhaltsstoffe. Schmeckt mega. Unten der Link und zwei Rabattcodes. Unser Discord ist unten verlinkt. Das wollte ich nämlich auch am Anfang sagen. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns ab 14 Uhr auf Twitch. Oder morgen um 9.30 Uhr nächstes YouTube Video. Haut rein. Tschüss.